So, ich habe mir endlich meinen Traum erfüllt und zwar, ich weiß nicht, ob man es schon sieht. Das sieht man schon? Doch, dass es so in der Mitte dunkel ist. Bam, Junge. Einfach sexy. Ich habe mir endlich einen Color MFA bauen. Auf dem Handy blendet das irgendwie so. Aber irgendwie blendet das nicht so. Ich habe mir auf jeden Fall von Alpcoding hier einen Color MFA einbauen lassen. Und gleichzeitig habe ich noch, wie ihr gesehen habt, zeige ich euch noch mal. Hier die LED wischt halt so mit. Das ist hier gut bei. Das geht halt so mit. Das habe ich auch extra machen lassen. Bzw Passat Tacho und mein normales Tacho hingeschickt. Es wurde halt so umgebaut, dass es im Golf 4 passt. Und direkt halt mit Passatscheibe. Und ich habe natürlich komplett alles übernommen. Das Einzige, was noch fehlt, wo ich jetzt kein Money hatte, wie ihr seht, ist es nicht mehr weiß hier. Und unten rot. Das schicke ich dann noch mal zu Julian. Der macht das nochmal hier unten rot, weiß, inventiert. Und dann sollte es passen. Ist auf jeden Fall mega geil, was man halt mit so einem Tacho machen kann. Allein schon das, mir gefällt halt schon, dass es so digital ist. Feier ich übelst. Der sieht sogar die Gänge. Manche denken hier manchmal, hat hier Automatik, aber ist nicht so. Das ist einfach. Wenn du jetzt erst einen Gang reinmachst, steht da unten auch die 1. Hier kannst du die ganzen Sachen eintragen. Hier ist zum Beispiel Ölstand, wie viel Liter noch im Tank ist, Außentemperatur, Verbrauch, wenn jetzt der Motor an wäre, Wassertemperatur, Batterie. In der Mitte, wie viel ich noch habe. Wie weit ich damit noch komme. Man kann hier halt noch viele Sachen einstellen. Man kann hier Messungen machen. Aber das ist für mich erstmal uninteressant, weil wie gesagt, das ist erstmal im 1,4er drin. Das ist eh Wurst. Man kann hier Design ändern. Hintergründe. Alles ändern hier. Ich mach mal gleich den rein. Den Hauptfarbe kannst du halt die Farbe hier, die Striche kann man halt ändern und sowas. Startlogo kann man auch ändern. Und dann kann man auch, wenn man halt ausmacht, auch noch ändern. Auto. Kannst halt, das will ich jetzt nicht machen, sonst will ich wieder zehn Jahre rum. Wo ist denn? Da ist hier dein Auto abgebildet. Wenn du die Tür aufmachst, kannst du drei Türen, Golf 4 und so ein Scheiß. Das kann man halt alles da machen. Diagnose. Man kann halt auch noch die Anpassung machen. Kalibrieren. Für Geschwindigkeit. Und Batterie und all so ein Quatsch. Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Weil das Problem ist, wenn man jetzt einfach so fährt. Du hast jetzt hier 80. Auf dem Tage 80. Oder wir sagen mal, wir haben hier 70. Das habe ich mit 70 getestet. Waren hier 70. Habe ich Tempomat gesetzt. Dann waren hier 68 oder 67. Also immer weniger. Und hier waren es dann mehr. Hier waren es dann statt 70, waren hier 75. Das habe ich dann nachher auch, so gesagt, kalibriert oder geändert. Das ist dann nachher halt alles passt. Und ja. Ist halt mega. Macht das Auto gleich viel moderner. Ja, nochmal danke an Dirk, dass er mir das hier eingebaut hat. Was noch der Unterschied ist, hier an dem Passataro unten ist jetzt der Kilometerstand. Und wie gesagt, man kann halt dieses LED-Dings hier machen. Das wollte ich halt unbedingt gleich mit haben. Was halt auch noch fehlt, ist die Farbe. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Bald hat er wieder welche am Start. Aber da kann ich euch auch schon mal die Homepage verlinken. Da müsst ihr euch dann melden. Wenn die verfügbar sind, dann meldet ihr euch schnell. Weil die gehen halt wirklich schnell weg. Aber es sind diesmal 3D. Ich habe nämlich wie gesagt nur ein Column FAs. Kein 3D. 3D ist nochmal ein bisschen anders. Und er hat halt jetzt nur 3D Column FAs. Weil zur Zeit sind die halt nicht verfügbar. Bis zum Bescheid. Tschüss. 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 Tschüss.